Leichtfüßig hoch da. Jawohl, das hier ist sogar dieser eine, jene Turm, den ich meinte. Wow, das war knapp. Kann man nämlich gleich einen schönen Sprung ins Wasser machen. Aber erstmal synchronisieren wir. Oh ja, da hat man eine schöne Aussicht auf die ganze Stadt. So. Und kabab! Boom! Ach ja, Denton ist noch einer. Na dann, nichts wie hin da. Alter, wie schnell der auch noch kraulen kann, das ist voll crank. Voll der crankische Scheiße, ey. Oh. Wo ich da gerade sehe, da ist ein Arzt. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Danke. Danke, Anke. So, ich hätte schon wieder fast hier Pinseler gesagt. Gibt es hier denn einen Künstler? Aber das war natürlich wieder auf ganz hohem Niveau. Und das erst recht. Scheiße. Da ist eine Feder irgendwo. Alles vervollständigen werde ich nie und nimmer schaffen. Herstellung von Feuerwerkskörpern. Ja, schiebt ab. Oh. Zack. Alter, wie die mir auf den Sack gehen, ne? Bogenschütze, ne? Voll in den Arsch. Seinen schwabbeligen Hintern. Mist, ja, die Gordi. Sehr schön. Ist zwar ein etwas niedrigerer... Oh, was war denn da eben? Ist zwar ein etwas niedrigerer Synchronisationspunkt, aber ich will mich nicht beschweren. Oh, deswegen ging das nicht, oder was? Meisterwerke der Schmiedekunst. Ich will doch nur heilen. Habe ich bereits alle... Castello. Also ich glaube, so würde es zumindest Spanisch ausgesprochen werden. Deswegen spreche ich das einfach Spanisch aus, da Spanisch und Italienisch sich sehr ähneln, ne? So, nächster Aussichtspunkt. Habe ich gehört. Ich will doch nur heilen. Hm. Aus dem Weg. Oh, was sehen meine Augen da? Oh, ihr wollt auch's Maul bekommen. Alter, das Schwert ist so, Lord. Bisschen übertrieben vielleicht, aber... Alter, wie der mich die ganze Zeit hier kontern will. So geht's natürlich. Baaahm. Voll ins Ohr geschnitten. Und ich hole mir jetzt hier die geile Codex-Seite. Und denen war das völlig egal, die da rumstanden. Jawoll. Damit fehlt nur noch eine einzige Codex-Seite. Eine allerletzte. Ich guck mal eben ganz fix. Zwei Felder sind hier noch frei. Und ich weiß nicht, was die machen. Hui. Okay. Reicht. Oh, das war... Das war... Das war vielleicht ein bisschen unnötig. Okay. Was geht ab? Okay, wie auch immer. Ich geh einfach mal weiter. Das war unheimlich. Er ist unsterblich. Datenbank-Zugang-Arsenale. Hier ist das Arsenale in der Nähe. Okay. Das ist doch schon mal eine Information. die nicht schadet. Damit meine ich, es ist eine gute Information. Jawoll. 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 Dann halt so. Nicht runterweilen. Wieder so eine schöne Kirche hier, sag ich mal. Ist, glaube ich, eine Kirche. Ich will nichts falsch jetzt sagen. Aber was sollte es sonst sein? Wir synchronisieren noch mal eine Runde. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte ich, ähm, nur bis hierhin das Spiel gespielt. Bis zum Arsenale. Da. Wuhuuu. Wusch. Ja, der Heuhaufen fängt das auch so extrem ab, dass man sich darauf stürzen kann. Oh, okay. Wie stürmst du nicht? Ist das denn hier? Ein... Ach, da ist eine Tür. Ich dachte gerade, da gibt es keine Tür hin. Oh, geil. Nicht mal beschädigt. Ach. Wieso nicht? Wieso hat er nicht alles auf Lager? So. Flatsch, flatsch, flatsch. Es war es, um eure Erscheinung abzurunden. Was ist? Was meinte der? Der war so schnell tot. Da habe ich ihn gar nicht gehört. Und... Voila. Oh, verdammt. Den will ich haben. Tja, ich kann leider... Du wirst mich nicht mehr kommen, Assassine. Zurück! Scheiße. Wache! Nein, was? Scheiße. Das war was... Halt! Ich geht's nicht. Hier ist mir jetzt scheißegal gerade. Das hat mich schon wieder so aufgeregt, dass der da nicht das gemacht hat, was ich wollte, dass er es macht. Versteht ihr? Wahrscheinlich nicht. Ja, das können wir noch verstanden haben, aber... Hm. Das gehört auch mit dazu. Hm. Es guckt niemand. Was haben wir denn da drin? Oh, Gammelfisch. Geil. Alter Fisch. Hopp, 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 hopp. Oh. Haha. Das hätte sonst schon wieder Sturzschaden wahrscheinlich gegeben. So. Oh, noch eine Feder. Hopp, hopp, hopp. Ach, Fresse halten. Ich bin ja schon weg. Hab jetzt keinen Bock. Mich auch noch mit... Was ist das für einer Schneider? Wird wahrscheinlich dasselbe, ne? Was bringt, wenn ich jetzt, äh... Hab ich dann auch das mittlere? Ja. Das brauch ich dann nicht mehr. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Nächster Aussichtspunkt. Juhu. Läuft, weicht er immer weiter zurück. Bringt ihm aber auch nichts. Ja, ich glaube, im Arsenale, wie gesagt, war ich noch nicht. Noch nie. Das heißt, von hier an dürftest du ziemlich blind sein. Aber genaueres kann ich erst sagen, wenn ich drin war, weil ich bin der Meinung, auf dem Turm da, wie gesagt, war ich mal. Und kurz danach hatte ich dann auch aufgehört zu spielen, mehr oder weniger. Daher ist es ab jetzt wahrscheinlich blind, aber ich will nicht zu viel versprechen, deswegen... Ne. Deswegen... Werden wir es noch genauer sehen. Aber ich denke schon, dass ich das hier noch nicht kenne. Ich kann mich nämlich an dieses Gebiet hier erinnern, aber nicht an die Mission an sich. Oh, guck mal, was ich da vorne hab. Was ich da vorne gesehen hab. Boah, alter! Haltet euch da raus. Wie frech, dass der mich kontert. So. Ruhe hier. Alle verrückt, alle verrückt. Juhu. Ganz besonders ich, was? Ich dich auch. Ja, er wollte nicht gehen. Also musste ich ihn töten. Oh. Alter, wie ich bei ihm einfach durch die Verteidigung durchbreche. Alter! Ich kann das... Bam! Kann man die dicken Schläge nicht auskontern? Dann halt so, ne? Hopp, hopp, hopp. Gewalt greift um sich. Oh ja, das ist... Ja, das ist schlimm. Was auch immer der da gerade genau gesagt hatte. Ich hab ihm nicht richtig zugehört. Aber es klang sehr tiefgründig. Oh, ne Glühfe ist hier. Und in Monteregioni haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle in der Bank. 25.000. Jawoll. Ah, ich glaube, das ist auf einer dieser Seiten hier. Wenn es das ist, dann hatte ich diesen Aussichtspunkt schon. Nein, natürlich nicht. Da. Da ist es. Ein Pfeil. Irgendwas. Der Bunker. Okay, was für ein Bunker. Wieder mal von Abstergo. Zweites WK-Archiv. Zugriff wurde verweigert. Na dann. Versuchen wir das mal zu hacken. Pfeil? Aber das gehört da, glaube ich... Okay, wir haben dann Pfeil. Wo ist eine Zahl? Wo ist denn hier eine Zahl? Irgendwie auf einem Bild. Ich glaube, dass ich jetzt gerade Zweiter Weltkrieg, wenn ich mich nicht ganz irre. Also auf jeden Fall geht es um das Ding da oben. Bin ich blind gerade? Dazu was anderes. Vielleicht ist es ja nicht...